XBKL Nuke oder Nuke zum XBKL ist wieder am Stittel und heute mit dem Part Nr. 8. Der Part Nr. 7 und 6 war richtig scheiße von mir aus gesehen, also von sie auch hoffentlich. Ich wollte es eigentlich sagen, aber egal. Ich muss aufpassen mit meinem Headset. Leute, seht ihr das? Wenn ich so mache, zerbe ich wieder jemand. Alter, mach es rückgängig. Und Tobi ist wieder am Start. Ich bin auch wieder dabei, jawohl. Hoffentlich ist es ein anderer Modus, diesmal muss es klappen. Komm, ich mache jetzt einen Trick. Wir machen SOS-Zeit mit meinem Licht. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, drei, eins. Und jetzt geht's. Du synchronisierst auf fünf, bitte. Ja. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Go. Ghosts, wir gewinnen. Jawohl, ich habe Konzentration. Also es ist Zähigkeit. Was machst du als Glück? Ja. Ich habe den, ähm, Rotpunkt jetzt mal drauf getan. Nice. Boah. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Den wollte ich gerade holen. Digga. Hast du meinen Elm gesehen? Mm-mm. Boah, wie schnell man ist. Digga, im Haus drin. Digga, ich brauche einen Kill. Wofür? Digga, ich habe schon mal aufgeputscht. Ah, ja. Digga, ich brauche einen Kill. Ich bin tot, Digga. Wie nice. Digga, wenn der mich jetzt killt, ich schwöre, ist hier. Nein! Ja, läuft schon mal gut, ey. 4-1. Tobi, 4-1. 4-1, ey. Ey, der, weiß was? 4-2. Es geht schon wieder los. Nicht den Abend vor dem, äh, nicht den Morgen vor dem Abend lupen. Wie heißt das? Da denkt man sich, jetzt läuft's und dann, das war ein Schuss in den Umfeld. Digga, er kämpft wieder. Ja, wir haben jetzt schon Heinz. Wahnsinnig. Andere Waffen, mit der bin ich ja gar nicht schlecht. Digga, vielleicht ist es einfach heute unser Tag, kann das sein? Mann, ja. Ja, 5-4. Ich bin aufgestiegen. Immerhin positiv noch. Ja, das sollte auch vielleicht positiv bleiben. 5-5. Immer noch, das ist neutral. Und jetzt will ich wieder was Positives hören. Ja, und? Ey, Lea, ich hab' richtig auf das Süd, ne, kommt der Hund an. Was? Ich glaube, ich bin jetzt. Oh, Mann, der Scheiß-Richtiger da. Double kill. 5-6. So sieht's aus. Böse, böse. Ja, darf man das aushalten. Ich hätte fast mit Ansage den Mani geklaut. Fast mit Ansage. Ich hatte den gerade gekillt, Digga. Das war richtig knapp. Gibt es was? Nein. Nein. Ich schmeiß' Blendgranate, obwohl er ein Gegner ist. Mach dir nichts raus, das ist doch okay. Den Mani kriegst du einfach nicht tot, Digga. Den Mani kriegst du einfach nicht tot. Was ist Mani, Digga? Einfach konzentrieren und dann Beufts von allein oder balladieren. Hat er gesehen, Leute, immer der Mani, ich würde gerade richtig abgehen. Ich bin dann noch mal gespielt, der Abkupunkt ist so geil, der Modus. 5 zu 10. Du bist so schlecht gerade, Digga. Was ist das bei dir? Das ist nicht gut. Ich glaube, du solltest dir mal wieder einen Energy Drink gönnen. Endlich ist der Tod der Mani, Digga. Ich hab' einen 3 oder so. Ja, ich spiel' sie bei einer Klasse. Digga, ich schmeiß' selber eine Blendgranate, äh, eine Ding in mein Haus rein. Wenn sie wüssten, wenn sie wüssten. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen käme. Aber... Die anderen waren es ja nicht wieder. Nein, ich bin aufgeputscht. Ich bin tot. KD. Weiß ich, ähm... 8 zu 12. Alter, hey, das muss besser werden, man. Das muss deutlich besser werden. Hauptsache nicht wieder über 40. Leute, ich bin verplatzt, ich bin verplatzt. Mann. Digga, heute ist es nicht unser Tag. Digga, meiner ist grad' ein bisschen besser geworden. Danach nochmal auf den Putsch. Das ist Abend, Alter. Ich glaube, ich schalte mir die AK frei. Das wolltest du letztes Mal schon machen. Digga, 8 zu 13. Heute ist das echt nicht mein Tag. Digga, wir machen noch ein Spiel, wir machen noch ein Spiel. Das ist... Also, Leute, bis gleich in Roadtook. Komm mal in der Partner-Mod. Ciao. Ciao, ciao.